Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Minecraft Wizard Empire zusammen mit Nephias. Und wir sind mal wieder hier völlig ahnungslos in Thaumcraft und ich in Ars Magica unterwegs. Immer. Ja, wie immer halt, ne? Ja, ist doch normal. So, Ziel dieser Folge ist auf jeden Fall. Endlich mal ein Porno gucken während der Folge. Ja! Oh, ich hab wildes Aum gefunden. Wildes Aum appears. Jetzt ist ja auch bald wieder Pokémon-Zeit, ne? Okay, man! Ich müsste das ja eigentlich am Release kriegen, damit ich Nephias richtig schön kaputt machen kann. Am Release, ey. Wenn das hier einer am Release kriegt, bin ich das. Ja, aber ich kann's ja auch kriegen. Ich bin ja auch nur bei Nintendo im Verteiler drin, weißt du? Ah! Ja, war gut. Ja, war da wirklich so gut? Aus Rotten Flesh mach ich jetzt Kerzen. Kannst mal sehen. Ja, das ist... Ja, das ist... Zombies, die haben rote Augen und sind schneller. Und was machen die dann? Äh, die ja, die ich angreifen muss. Die sind dann angry. Bisschen. Hast du bei dir... Nein. Okay. Ähm, so Skelettköpfe oder so? Nein. Goro. Hab ich nicht. Was soll ich machen? Zombies? Zombies? Ja. Ach, Zombie-Köpfe? Ja, Zombie-Köpfe. Äh, nein. Goro. Nein. Nein, Barbie. Nein. Tue ich deinen Kopf dahin. Meinst du, der hilft? Ich weiß nicht, ob der Stabilität gibt, aber ich fack's mal dahin. Hast du den noch nicht gescannt? Oh. Ah, schade. Ich hab mich grad so gefreut, dass was Bestimmtes kommt. Hast du den jetzt gescannt? Ja, ich hab den jetzt gescannt. Und was bringt mein Kopf? Ähm, Humanus, Spiritus und Mortus. Weil's halt ein Kopf ist. Also, Mortus ist tot. Aber ich hab gehofft, dass der Scanner sagt, nothing can be learned from this. Hö, 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 hö. Ich glaub's auch, du bist der witzigste hier. Du bist auch manchmal ganz lustig, muss man ja zugeben. Dankeschön. Ich benutze grad den Buddelzauber, um hier Holz abzufarmen, weil meine Axt kaputt ist. Oh, da sind sechs Präzchen-Tachio drin. In dem hier schmeiß ich den grünen Kristall jetzt in mein Becken, nur um Kerzen zu machen. So. Hä, warum kann ich hier nicht drauf stehen? Warum kann ich nicht auf dem Amboss stehen? Das geht doch sonst auch immer. Geht doch nicht. So. Rotten Flash, muss man Rotten Flash? Dann schmeiß ich den da jetzt rein. Magic Tello. Magic Tello. Magic Tello. Und nochmal Magic Tello. Da muss ich jetzt, glaub ich, rechts klicken. Nein, zu spät rechts geklickt. Na toll. Und jetzt? Jetzt ist meine Bude voll gesaut. Deine Bude? Würde mich gar nicht schon abfacken, ne? Oh ja, tut's mich auch gerade so ein bisschen. Aber ich hab drei Kerzen, das ist schon mal gut. Na, lassen wir die Suche hier, ist auch schön. Haben, können wir denn ein Candlelight-Dinner machen? Ja, wenn du zu mir kommst, haben wir ein Kerzen-Essen. Awesome. Die leuchten sogar. Dann sag ich, kann es wirklich nie besser. Oh Gott. So, ich brauche eher jenes. Vita? Wie ist denn Vita her? Vita? Vita ist mit Nightshade zusammen in einem Kanal. Achso. Den kriegst du so nicht. Den krieg ich nicht. Der kostet. Echt? Ja. Okay. Wie ist die Leine? Ah nein, fuck. Ich brauche ja noch was. Oh Gott, warum ist Towncraft so fucking complicated? Weißt du, der Brudelzauber, damit komme ich nicht hin, ne? Aber mit der Handkante kann ich es abbauen von hier. Mit der Handkante? Gibt ja überhaupt keinen Sinn, ne? Reicht ein Litor? Aber ich weiß es doch nicht, Leute. Ne, Litor reicht normalerweise. Richtig. Alumentum. Maybe. Ah, okay. Kohle, Feuer, Perdizio, Potentia. Ah, da ist ein Sapling. Awesome. Okay. Da ist noch einer. Mit Kohle sieht es bei mir immer so scheiße aus, gerade. Ich habe noch keine Diamanten bescannt. Was? Was da los? Kommst du mir ins Haus, du kannst Diamantenblöcke scannen. Ich bin Löcke, ja. Ich kann mir auch einen machen. Okay, Leute. Ich werde die Essenz... Da ist ein Huhn drin. Da ist ein Huhn drin. Was machen sie hier unten? Jetzt ist es tot. So, das habe ich schon. Äh, Papier schon mal. Passiert jetzt was? Was? Ich sage, passiert jetzt was? Weiß ich nicht. Passiert was? Es ist nicht. Ich komme auf jeden Fall nicht raus, Artur, jetzt. Ähm. Ist was passiert? Bin ich jetzt tot? Ah, da war noch ein Hühnchen drin. Stirb. Äh, Slime-Bots. Äh, Quicksilver. Habe ich schon. Okay. Passiert irgendwie nicht so viel, oder? Mein Zauberstab. Jawohl. So, passiert nichts. Du bist jetzt gerade zu Hause, ne? Ja. Okay. Komm mal rum. Du willst doch noch mal ne Tasche holen. Deine? Hm? Meine. Boah, ich habe zum ersten Mal diesen Kack-Schwung geschafft. Boah, viele Hühner du hast. Verdamm. Äh. Hallo. Kannst du nicht mal die Eier aufsammeln, alle? Oh, ha. Oh, du haust mal ne anderen Hühner. Ja, es sind so drei neue rausgekommen. Hier hinten liegen auch noch Eier da. Mach zu. Mach du das so. Was? Hä? Hä? Der hat die Hühner eingesaugt. Du hast die geopfert. Hä? Was ist das? Du musst Dinge opfern. Hol die Hühner. Kommt raus, Leute. Kommt raus. Alle raus. Ihr seid frei. Ihr seid frei. Ha, ha. Huuuuhu. Huuuuhu. Die Hühners. Wie geil ist das denn? Ich glaube, das ist dunkle Magie. Und ich hab Essen. Äh. Hier, dein Essen. Alleine, lass die Hühner frei. Und dann werden die da reingezogen. Kein Wunder, hier oben waren keine Hühner mehr. Natürlich, wie das Ding erstellt. Was ist das da drin? Eine Fäde? Ah, okay. Aber dann brauch ich das hier drunter ja gar nicht. Hast du jetzt irgendwie eine Anzeige, wie viel da drin ist? Ey, nicht, dass ich jetzt sterbe, wenn ich mich da rein stelle. Ich glaube, wir sterben nicht. Ich glaube, nur Mobs können sterben. Oh, wie krass der Strahl war, ey. Die Tür geht auf und die Hühner werden so reingezogen. So, nein. Und die Hühner wussten gar nicht, wie ihnen geschieht, weiß ich. Und Goro so, das ist dunkle Magie. Das war's, Leute. Wie schmeckt euch das? Vor allem so random, der Hut kommt rein und auf einmal wird zerfressen. Vor allem Juno so, mach schnell die Kürze. Und in dem Moment wird das Hut so reingezogen. Und wir beide stehen da so, hä? Und die Hühner so, nein! Dark Essence. Hast du jetzt drin? Die brauche ich, aber ich glaube, ich habe oben welche. Aber ich weiß nicht, wie viel ich habe. Musst du da vielleicht noch so ein Altar hinstellen, damit du, also so ein Ding wie unten mit dem Buch? Ne, die habe ich jetzt miteinander connected. Ach so, ja, aber siehst du es vielleicht jetzt unten im Altar? Ne, im Altar sowieso nicht. Aber ich muss irgendwo, es gibt so einen Stab, so einen Zauberstab. Ich dachte, ich habe den. Damit kann man angezeigt bekommen, wie viel da drin ist. Aber was hat das denn gerade in der Hand? Ja, das soll der Zauberstab sein, aber es wird halt nichts angezeigt. Schade. Der zeigt nur so, ich möchte connecten und dann connecte ich nach unten und dann kommen da plötzlich Blitze rein. Ich hoffe, dass es funktioniert, dass er so nach unten gehen kann. Sonst muss ich das hier aufmachen, irgendwie. So, Feuer, Peditio, Potentia. Potentia und Feuer ist hier drin, das brauche ich nur noch. Ah, cool, warte mal, Peditio hat das doch. Entropy. Hab ich noch nie gescannen. Okay, perfekt. So. Ach, scheiße. Brauchen wir das Wasser. Die Hühner wurden einfach eingesogen. Aber es war ewig. Ich fand es lustig, irgendwie. Einfach so. Vor allem so. Hm. Hol mal die Hühner. Sie konnten nicht mehr entkommen. Voll grausam. Einfach, einfach eingesogen. Lass die Hühner raus. Und dann waren sie tot. Aber erst so, mach die Tür zu. Der Blitz kommt, lass die Hühner raus. Alle Hühner tot. Guck mal, nur weil ich immer Bullshit baue in deinem Haus. Sie sind einfach gestorben. Woher kann man denn wissen, dass man lebende Viecher opfern muss? Ja, du machst dunkle Magie, was erwartest du? Ich weiß nicht. Kleine Einhörner oder so. Als ob. Wie viel hat das? Zwei. Perfekt. Oh, das war zu viel. Ich hatte hier doch eine weiße Wolle. Wo ist die denn hin? Weiß ich nicht. Hier habe ich weiße Wolle. So. Zehn Alumentum. Das müsste doch reichen. Nein, das ploppt sofort dann so auf. Wie scheiße ist das denn? Wo wird ja mein Haus versaut. Dreh durch. Lern das noch irgendwann. Und ich brauche Slaps. You just got slapped. Nein, das muss da oben raus. Warum? Warum? Das ist doch Kaka. Ich habe nun eine Ars Magica Workbench. Äh. Und was kann ich jetzt aber? Ars Magica Workbenchen? Noch so ein Spruch Kieferbruch. War mal Goro war böse zu mir. So. Noch lacht er. Holst seinen großen Bruder gleich. Ich habe nur einen kleinen. Tja. Der taugt nicht. Nicht, dass er jetzt an den Videos guckt. Guckt er. Hallo. Wie heißt er? Möchtet er das nicht, dass er genannt wird? Weiß ich nicht. Deswegen gucke ich es nicht. Aha. Ist er denn süß? Ist er genauso süß wie du? Der ist ja süßer. Oh. Ist das unangenehm? Nein. Okay, dann ist er gut. Ich muss mit euch einen neuen Aufnahmepartner suchen. Komm. Der geidert sich einen ab. Ich sehe Gott. Der kommt dann immer klar. Nee, ich komme auf meinen eigenen Witz nicht klar. Was für ein Witz. Was? Was? So. Ach, Jagoro. So. Habt ihr denn schon gesehen, dass der Nephias ein neues Kanaldesign hat? Was? Ein neues Banner. Habt ihr das denn schon gesehen? Ein Banner, was ihr auf dem Handy nicht angucken solltet. Aber habt ihr das schon gesehen? Ja, schreibt es in die Kommentare. Und dann habt ihr vielleicht auf Twitter verfolgt, dass der Nephias auch ein Intro hat. Das könnte vielleicht vor dieser Folge schon kommen. Was? Ja, so. Mal gucken, wie ich Zeit habe. Dann pack ich es rein. Das wäre ja... Wahnsinnig. Wäre ja der Hammer. Wäre ja krass, oder? Ich würde es feiern. Weil ich das Intro auch selber feiere. Ich werde es jetzt auch vor jedem meiner Videos machen. Mein Intro? Und dann werde ich meine riesige Fanbase darauf ansetzen, dass du mein Video geglaubt hast. Waaat? So ist es halt. So, ich verbinde jetzt nochmal die... Die Nexi. Nexi? Ist das die Märzer von Nexus? Das weiß ich nicht. Möglich ist es. Was wollte ich eigentlich bauen? Ach ja. Weiß nicht, aber du wolltest dich vielleicht opfern hier bei mir. Ne. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Du musst dich nackig auf diesen Nexus stellen. Dann wirst du sterben. Dann bin ich nackig auf diesen Nexus. Und etwas Schönes wird passieren, Niki. Es ist etwas Schönes. Hm. Du wirst sterben. Länger im Drog, Haxiko. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Oh Gott. Hm. Ma, nur noch eine Minute und ich schaffe hier nix, ey. Ma, schon wieder? Ja. Was habe ich denn gemacht in der Zeit? Nix, so wie ich. Nein, ich habe schon was geschafft. Also so ist nicht. Ja, das geht immer so schleppend voran in 20 Minuten. Windium, Dust, Arcane, Asche. Okay. Du, jetzt wollen sie es wissen hier. Oh nein, Nikos. Was denn? Wir müssen in die Wüste. Wir brauchen diese Desert Novas. Hast du vielleicht noch Desert Novas? Eine. Hast du einen? Eine habe ich. Okay. Genau eine. Aber das... Die schmeiße ich jetzt in meinen Ofen und verbrenne sie. Nein. Aber ich wusste nicht, dass die Hühner so wichtig werden. So ein Zufall. Dass sie auch genau auf dieser Höhe so wichtig werden. Das Schicksal hat sich geleitet, die Hühner genauso. Ich mache das jetzt genauso wie du. Ich schmeiße die Eier einfach hoch. Warum? Weil es stylischer ist. Nö, einfach weil es geiler ist. Stylischer, sag ich doch. So, ich gucke nochmal, ob ich schnell rüber kann. Komm. Ich komme so schnell, ich kann. Ich muss Dinge scannen. Ja, ich habe es nicht geschafft. Nein, ich bin abgestürzt. Alarm. Ja. Da. Nein. Da. Nein. Hex, hex. So. Noch eine. Nee. Dann sage ich euch vielen Dank fürs Zusehen. Schalte den letzten Mal wieder ein. Nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.